So. Was machen ihr zwei hier hinten? Schlafen. Und hier sind neue Babys. Und hier hinten sind neue Kaffeknippen. Schau mal, die ganze Decke ist ja am Boden. Wir dürfen jetzt zusammen schlafen, Anja. Ja, sicher. Jetzt habe ich schon wieder. Ich weiß, ich gehe jetzt ab. Ja. So, komm. Ich darf es noch bei dir. Gute Nacht, Noelia. Gute Nacht, Gute Nacht. Wo ist das Lama? Schlafen gut. Nein, das Lama!